Oh, okay. Not too much, actually. Here, I'll show you. Ja, ich habe mir dann vor, nochmal den Charat anzurufen, dass er uns ein wenig erzählt, was hier so läuft in Paris. Ich tue gerade Testen, halt das eine in der Hand. Das wäre besser mit zwei Ständern, weil das sonst muss man ewig halten. Naja, es geht schon mal. Wir müssen es halt kurz halten auf eine Viertelstunde, dass man nicht der Arm einschläft. Ja, es geht schon mal. Ja, es geht schon mal. Ja, aber dann sind wir weg. Ja, das ist lustig. Ja, das ist lustig. Ja, das war es lustig. Ja, ich habe es lustig. Ja, ich habe es lustig. Wie viele Leute, du hörst? Du hörst mich? Du hörst mich? Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es? Oh, super Bock. Das ist dein Frühstück, Mann. Ich dachte, coffee. Ich dachte, du hattest einen Frühstück für Frühstück. Ich hatte ein Koffi, Thomas. Ich zeige dir jetzt. Wo bist du jetzt? Außen oder zu Hause? Jahrhundert, komm! Denkst du mal. Wattest du mal. Du bist gleich de Parisianer. Okay. Wir beenden die Koffi zur Flanung, aber fast. Es ist besser, wenn die Zigaretten auf dem Boden sind. Ja, das ist mein Freund aus meiner Nähe. Es ist ein echtes Paris-Kaffee, Mann. Sieht lustig, ja? Das Video sieht sehr strange. Was hast du gemacht? Ja, der Effekt, ich will es verhören, aber ich kann es nicht. Hm, strange. Und wie geht die Revolution? Ich habe es geschafft, ich glaube. Ja, ich zeige dir ein bisschen, was kommt hier. Ich sage dir, ich bin ein Guide. Ich bin ein Mann internationaler Mann. Das ist der Finale. Das ist der Finale. Ich bin nicht für den kleinen Interessen. Ich bin für die Solidarität. Und du dierst... Du dierst... Du dierst, ich muss ein wenig Dune haben, bevor ich das sage. Asdic, note gut, was du dierst. Ja, jetzt sind wir mal wieder in Frankreich. Ich sitze jetzt mit an der Bar in Paris, sozusagen, wenn man so will. Aber es schaut ja alles friedlich aus. So im Hintergrund brennt ja gar nichts. Aber ich sehe nicht... Gerard, ich sehe nichts brennt. Was ist hier passiert? Ja. Ja, ja. Aber du riefst zu late, man. Sie stoppen es. Weil... Sie können nichts mit dem Druck machen. Sie wollen ein Business machen. So nach einer Woche, sie sagen... Okay, Leute. Wir stoppen alles. Wir gehen zurück zur Arbeit, man. Okay. Aber deine Straße war auch messy? Oder war es okay, wo du lebst? Meine Nachricht war ziemlich okay. Nur die Graffiti auf der Wallen. Sie coveren alles. Aber okay. Paris war okay. Aber wir wissen wirklich nicht, was passiert in Paris. Ich habe gehört, dass sie ein paar Pflichten, ein paar Polisplätze, drei oder vier. Sie wirklich attacken mit, you know, ein bisschen bazookas oder alles, du kennst. Hm. Excusez-moi, Zinange. Il veut... Il veut savoir... Non, ich bin nicht fort. Ah, ja. Ça va? Das ist ein wirkliches Parisian floor. Thomas, das ist was wir nennen, eine französische Mosaik. Sie sehen schön, ja. Aber... Huh? Was du sagst? Ein bisschen arabisch. Nein? Ein bisschen arabisch. Ein bisschen arabisch. Ich habe die Moschee. Ja, ja. Ich wear meine Moschee. Ja, ja. Perfect, perfect. Du fit in. Du fit in. Ja. Und wir haben einen schönen schwarzen Mann oder eine schwarze Frau. Ich weiß nicht. Nein, das ist Thai-Gurl. Nein, wir haben eine... Ich zeige dir vielleicht. Ich zeige dir vielleicht auch. Ich zeige dir nicht, ich bin nicht in Paris. Ich zeige dir nicht. Das ist ja. Ich zeige dir nicht, ich bin nicht in Paris. Wir haben keine Probleme mit dem, es ist sehr peaceful, aber wir wissen nicht, ich habe in ein paar Nachts gehört, ich habe ein paar Explosionen gehört, ich weiß nicht, was passiert ist, aber am Morgen ist es immer, die Wolfen schlafen am Morgen. Also hört man viele Explosionen? Ja, es sieht schön aus, es sieht aus wie eine Stadt. Es könnte in der Süddeutschland sein. Paris. Es ist ruhig, Thomas. Es ist eine perfekte Parisianische Frau. Was ist es, eine Frau? Nice Legs. Nice Legs. A lot of girls mit dem Bicycle. Es ist besser als in der Auto, sie sind gesund. Stay fit. But on the Sunday morning, many bars are just closed. Hm. Why? Why they are closed? On Saturday morning, Sunday morning. They work late. They work yesterday. It was Saturday night, so they work until 3 o'clock. You want a little croissant? Would be nice, would be nice. Can you give me some? Yeah, I'm going to buy some, Thomas. Also wie man sieht, ist in Paris alles schon wieder ziemlich normal, also halb so wild. Jetzt ist es richtig. Im Moment seien wieder Ruhe angeketzt zu sein. Schönes Croissant hier, schau her. Oh, das ist ganz einfach hier. Ja. You can see the price also. How much one croissant? I cannot see. 1 Euro 10. 40 Baht. Yeah, about the same here. Same here. About the same here. And the bread, of course. For a good croissant, you pay the same in Thailand. And the bread, of course. Yeah. And the bread, of course. Yes. Excuse me, it's just... It's an apple from the world, a Frenchman. It's a lot of chance to have a croissant. Without that. You can't have a croissant. Yeah, good. Das war ein kurzer Einblick nach Paris. Wir wollen es nicht ganz so lang machen. Also es gibt immer noch gute croissants. Und er hat gesagt, er hat ein paar Explosionen gehört nachts. Aber im Großen und Ganzen haben sie es schon wieder eingestellt. Also es ist wieder friedlich dort. Und hoffen wir, dass es so bleibt. Ja, hoffen wir überhaupt, dass es friedlich bleibt auf dem Planeten. Oder wirklich friedlich wird. Bei uns ist es ja friedlich hier in Thailand, Gott sei Dank. Wir leben ja in der Friedensbubble hier. Wir leben ja in der Friedensbubble hier. Wir leben ja in der Friedensbubble hier. Wir leben ja nicht aus. Man muss nicht so viele. Aber Weitere sind nicht so viele. Aber warum ist es so kalt? Es ist sehr kalt, auf der Sonntagmorgen. Wir sind immer kalt. denn es wird bald um 12 Uhr sein. Okay, meine Freunde, ich hoffe, Sie sehen uns bald hier in Phuket. Natürlich, das ist Herr Adlin. Ich habe ihm über die Krippe gesprochen. Hallo. Und er ist bereit, seine Frau zu divorzieren. Die Frau? Der Name ist Astin. Das ist der Zukunft. Der Zukunft. Der Zukunft. Okay, Thomas. Danke für die kurze... Jetzt hast du mich mit deinem Croissant getrunken. So, besser gehe ich zur Sauna und dann zum Restaurant und essen. Was ist das? Eine Baguette? Das sieht gut aus. Eine Baguette mit Cereo. Das sieht gut aus. Wie viel war der Baguette? Diese ist 140 oder 160, weil der Cereo. Okay, nicht zu viel. Das sieht gut aus. Okay, okay. Okay. Hier, ich zeige euch. Und das ist der Preis für... ... für eine weiße Bier? 6 Euro. Aber ich bin mit학교 3.50 Euro. für ein Glas von Wien, außerhalb oder inhalb. Whisky ist 3.50 Euro, außerhalb und inhalb. Pizza ist 7 Euro. Amstel ist ein regularer Stand-Up. Hier ist 2.50 Euro. Und 3 Euro, außerhalb. Edelweiss, wir haben Afligen. 3 Euro und 3.50 Euro. Du kennst alles. Jetzt weiß ich alles. Ich kann nach Paris kommen, und es ist 15.15 Uhr. Gut. Ja, Thomas. Du bist sehr willkommen. Anytime, man. Du bist sehr willkommen. Ich hoffe, dich bald in Thailand, Phuket. Okay. 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 See you, my friend. Peace. Wie viele Frauen. Wie viele Frauen. Piana mag immer nicht. Piana war schon immer zurück. Nein, außer in den ersten Jahren, wo wir Dina und Piana zusammen gespielt haben. Ja, da war sie noch ... Da war sie noch klein. Ja. Ist ja immer noch klein. Gell? Ist ja immer noch klein, gell? Ja. Nicht film dabei, nicht film dabei. So, Greenhead macht einen neuen Laden hier auf in Chantalet. Ich muss das mal von außen zeigen. Ist gut gelegen eigentlich hier. Direkt neben 7-Eleven kann man also auch parken hier. Da vorne ist ja die Boat Avenue. Eigentlich eine gute Lage. Greenhead Clinic Chantalais. Bitte abonniert unseren YouTube-Kanal und drückt auf die Kloche. Und macht das auch wirklich, wir überwachen euch, gell? Weil wir können alles überwachen mit der App, von der Überwachungs-App. Und wenn ihr nicht drückt, dann gibt es eine Strafe, gell? Ja, natürlich.